Herzlich Willkommen zur Ausstellung Magic Moments aus der Galerie K. in Kienberg. Wir führen Sie heute durch die Ausstellung und zeigen Ihnen eine Serie von Gussbergen aus der Graz Galerie. Zu Beginn möchte ich Ihnen Gordana Melitschitsch vorstellen und übergebe ihr das Wort. Bitte Gordana. Die Graz Galerie wird durch mich und Anna Veljatschitsch und Verena Bachner präsentiert. Die Ausstellung ist eine Mischung zwischen abstrakten Bildern, Werner Malerich und realistischen Bildern von Verena Bachner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie wieder bei einer unserer nächsten virtuellen Ausstellung begrüßen zu dürfen. Danke. 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 Danke.